Hallo Freunde, heute begrüße ich euch mal wieder zu einem neuen Video. Und zwar habt ihr jetzt meinen ganzen schönen Ausbau gesehen. Ich hoffe, er ist schön. Und dazu habe ich mir gedacht, meine Vorhänge habe ich ja auch selber genäht und auch die Seile habe ich selber gespannt und sieht einfach irgendwie nicht mehr schön aus. Ich möchte alles ein bisschen schöner haben und da habe ich mir mal ein paar schöne Vorhänge bestellt. Und ich möchte vorweg sagen, dass ich ein bisschen unterstützt wurde von Bimax. Das wollte ich euch nicht vorenthalten und jetzt kann es mal losgehen. Wir gucken erstmal was im Paket drin ist. Jetzt haben wir hier eine fette Anleitung vermute ich mal. Ja genau. Also was ich schon mal sagen muss, sieht sehr edel aus irgendwie. Hier stehen genau die Nummern drauf. Vermutlich stehen die dann auch hier auf den Vorhängen drauf, so wie ich das beurteilen kann. Hier haben wir eine ganze Menge Kleinkram. Schrauben, wieder diese Knöpfe. Also es wird nachher auch an die Seiten angeküpft, das werdet ihr dann ja sehen. Hier könnt ihr eigentlich schon ganz gut erklären, wie das Ganze aussieht nachher. Ist sogar die Vorhänge mit Schienen sind dran. In der Mitte Knöpfe werdet ihr alles im Anbau natürlich nachher nochmal erkennen. Hier handelt es sich dann um die Abtrennung zum Vorderraum. Als aller erstes kommen wir mal so ein bisschen zu dem Inhalt. Also ihr bekommt sehr 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 viele Sachen. Schrauben, Bitten, sogar einen kleinen Bohrer dazu, der dann passt, dazu gehört. Dann diese Anleitung. Da stehen dann jeweils die Nummern drauf, wie genau ihr das anbringen müsst. Und dann steht an eurem Vorhang eine Nummer drauf, 5 oben steht hier jetzt zum Beispiel. Dann wisst ihr ganz genau, wo gehört das Teil hin. Und das machen wir jetzt auch erstmal wunderbar. Erklärt hier alles. Wer die Anleitung braucht, kann sie auch benutzen. Oder ihr benutzt einfach mein Video. Ja, jetzt haben wir den oberen Teil fest. Bis jetzt sieht es auch sehr gut aus, muss ich sagen. Den unteren Teil, da müsst ihr nur auf eine Sache achten. Der Türpin muss hinter der Gardine verschwinden. Das heißt, ihr müsst wirklich die Aluschiene zu 100% schön dicht abschließen lassen. Während ich jetzt hier die letzte oder vorletzte Schraube reinschraube, wollte ich euch noch mal ganz kurz erzählen, dass es auch wirklich eine hervorragende Internetseite dazu gibt. Und hier verlinke ich euch natürlich auch unten. Da könnt ihr nämlich auswählen, ob ihr einen Transporter habt, einen Multivan, was ihr genau haben wollt, welche Farbe ihr haben wollt. Es gibt glaube ich drei verschiedene Farben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Abkönnung, wie gesagt, hier in der Mitte zu nehmen. Oder ihr könnt auch für vorne eine Gardine nehmen, dass ihr rundum dicht habt. Also da könnt ihr alles genauestens auswählen. Ich werde jetzt erstmal alles fertig anbringen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Fazit. Als allerletztes möchte ich jetzt noch zeigen, die haben so Knöpfe hier an den Seiten. Das ist echt cool. Und da gibt es natürlich die passenden Gegenstücke zu. Und die müssen jetzt an die Seiten so verteilt werden, dass sie halt schön dicht abschließen. Finde ich auch eine sehr gute Sache. Das hatte ich vorher auch nicht. Also ich hatte vorher natürlich immer so ein bisschen einen kleinen Spalt dazwischen. Und das gucken wir uns jetzt mal an, ob das auch gut klappt. Ich glaube das Prinzip ist klar. Ich werde mich jetzt mal ran machen und alle fertig machen. Und dann zeige ich es euch nochmal, wenn es komplett fertig ist. Und wie es dann auch genau aussieht. Und dann gibt es auch noch ein Fazit. Ja, jetzt bin ich endgültig fertig. Ihr seht alles. Hinter mir ist alles zu. An den Seiten ist alles zu. Hier habe ich jetzt nochmal einmal offen gelassen, damit ihr einmal sehen könnt, wie das Ganze so aussieht. Also so sieht es aus, wenn es jetzt im offenen Zustand ist. Ein bisschen schön verkleidet mit so einem kleinen Klettverschluss, mit so einem Band hier drumherum. Ja, und das kann ich jetzt aufziehen. Kann das hier in die Mitte ziehen. Und da sind auch nochmal zwei Knöpfe, womit man dann in der Mitte dementsprechend den Spalt nochmal ein bisschen verringern kann, damit da auch wirklich kein Licht mehr durchkommt. Ja Leute, entschuldigt bitte den Extrem Cut, aber in dem Moment, wo ich dieses Video gemacht habe, wusste ich gar nicht, dass Bymax mir beide Methoden für die Front mitgeschickt hat. Und das möchte ich euch jetzt natürlich beides auch noch gerne zeigen. Also einmal gibt es die Möglichkeit dementsprechend vorne eine komplette Gardine zu schließen. Das sieht dann so aus. Also da habt ihr dann wirklich den ganzen Vorderraum noch zur Verfügung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit eine Abtrennung zu benutzen. Die kommt dann von der Seite hier und ihr könnt das ganze Abteil abtrennen. Und so habt ihr eine schöne Abtrennung nach hinten. Beide Varianten gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Ihr müsst euch dann natürlich in dem ganzen Package dafür entscheiden, ob ihr mit der Abtrennung leben wollt oder mit den Front Gardinen. Ihr könnt auch die Front Gardinen allerdings auch noch einzeln in einem Paket kaufen. Das seht ihr dann bei Bymax natürlich alles auf der Seite. Gerne mal vorbeischauen, gerne mal gucken, was euch besser gefällt. Ich möchte auch nochmal sagen, ich habe noch keine Erfahrung jetzt gemacht. Bitte bleibt auf jeden Fall dran. Der Praxistest kommt natürlich noch alles. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Es lässt sich alles ziemlich einfach anbringen. Und ja, ich würde sagen, dann gebt mir einfach gerne einen Daumen nach oben, falls es euch auch gefällt. Guckt bei Bymax mal einmal vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!